Mein Name ist Janett. Ich bin ein German-Native-Speaker von Austria. Ich bin ein full-time German-Tutor. Ich liebe es, zu lernen. Es ist fantastisch, Menschen zu lernen, die German-Language zu lernen. Es ist wunderbar, alle Projekte zu sehen. Ich bin in der Steiermark, welches ein Bundesland von Österreich ist, aufgewachsen. Zurzeit lebe ich in Griechenland, auf Kreta. Ich spreche auch so Deutsch, Englisch und Griechisch. Für meinen Unterricht verwende ich digitale Bücher, aber es gibt natürlich auch Schüler, mit denen ich nur spreche. Oft gebe ich auch Hausaufgaben, welche ich sofort korrigiert zurücksende. I wish you all the best. I'm looking forward to preparing the first lesson for you. See you soon. Liebe Grüße.